Guten Tag und vielen Dank fürs Einschalten. Heute geht es von mir in den ersten Vortrag und zwar zur Funktionsweise von Freifunk Franken. Ich möchte mich vorab erstmal bedanken und zwar erstmal bei euch fürs Interesse an Freifunk Franken und bei den Leuten, die dahinter stecken, dass dieser Livestream gerade läuft, nämlich von Cronian.net. Das ist so ein Zusammenschluss aus drei Hackerspaces, aus Bamberg, aus Coburg und aus Würzburg. Und die sorgen heute dafür, dass bei euch das Bild auch ankommt, so wie es sein soll. Ich stehe hier gerade in einem davon, nämlich im Backspace und da bin ich auch Mitglied. Meine erste IT-Ausbildung habe ich im Jahr 2016 begonnen und bin jetzt auch schon eine ganze Weile darin tätig. Ich habe im selben Jahr auch einen Freifunk Access Point aufgebaut, also einen von den tollen Dingen hier. Und heute soll es so ein bisschen darum gehen, was steckt eigentlich hinter dem Netz, was ist Freifunk, was ist es vielleicht auch nicht. Es soll erklären, was technisch dahinter steckt und so ein bisschen eine Entscheidungshilfe sein, ob das Ganze für euch in Frage kommt, zum einen mitzumachen, zum anderen das Ganze mal auszuprobieren und einfach mal Lust auf mehr machen und das Ganze so mit ein bisschen Vorab-Infos zu versorgen. Ganz klar werdet ihr in der kurzen Zeit natürlich jetzt nicht den vollen Überblick bekommen können. Dafür ist aber danach noch genug Zeit. Das Wiki ist groß und es wird immer größer. Also schaut ruhig rein. Und damit würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Punkt, nämlich meiner Gliederung. Worum geht es denn heute? Was werde ich denn alles so erklären? So, gerade eben haben wir gesagt, wir schauen uns auf jeden Fall an, was ist ein Freifunk-Franken überhaupt und was ist es nicht. Dann schauen wir uns an, wer steckt dahinter, wie das ganze Netz aufgebaut ist. Wir schauen uns an, was ist eine Hood, welche Arten davon gibt es, was ist ein Gateway, wie gelange ich ins Freifunk-Franken-Netz, was ist eine Firmware, welche Hardware ist kompatibel. Warum gibt es überhaupt zwei von den Firmware-Varianten und welche davon kommt wann zum Einsatz. Dann schauen wir uns noch an, wofür das Freifunk-Franken-Netz überhaupt genutzt werden kann, warum und wo es Richtfunk gibt und schauen einen kurzen Blick auch mal aufs Monitoring. Und danach, ja, fassen wir das Ganze zusammen und machen ein cooles Fazit draus, sodass ihr alle davon geht und denkt, ja, hier habe ich was gelernt, das ist toll. Und, ja, dann geht es gleich los mit, was ist Freifunk-Franken. Was ist ein Freifunk-Franken? Freifunk-Franken ist grundsätzlich erstmal eine unkommerzielle Vernetzung von Bürgern und Organisationen. Es ist eine einfache und gut dokumentierte Möglichkeit, sich dezentral zu vernetzen und auch ohne, aber auch mit technischem Hintergrund, Erfahrungen zu sammeln, Dinge einfach mal auszuprobieren, für die ihr in der Praxis halt sonst große Firmennetzwerke und eben auch eine Anzahl an Geräten braucht, die privat vielleicht nicht so zu stemmen ist. Zudem ist es eine der einfachsten Möglichkeiten, zu Hause etwas zu hosten und Besuch die Möglichkeit geben, das Internet zu nutzen, ohne die eigene Internetsicherheit aufzugeben, indem man das WLAN-Kennwort teilt. Kurzum, mit dem FFF-Netz lässt sich für jedermann in der Praxis ausprobieren, wie Intranet und Internet funktionieren und worauf man achten muss. So, jetzt wisst ihr, was Freifunk-Franken ist und jetzt ist natürlich auch noch interessant, was ist es denn eigentlich nicht? Freifunk-Franken ist kein kommerzieller Hotspot-Anbieter. Es gibt weder eine Hotline für Störungsmeldungen, noch gibt es eine Verfügbarkeitsgarantie. Jeder, der sich mit dem Netz verbindet, ist selbst dafür verantwortlich, dass es funktionsfähig ist und dass es beispielsweise Updates bekommt und er sollte diese natürlich auch installieren. Es ist definitiv kein, ich befasse mich einmal damit, stell diesen Router dahin, mach das mal und dann muss ich damit nie mehr was zu tun haben. Nein. Freifunk-Franken ist zudem kein Verein und auch keine Firma. Es gibt keinen Vorstand und jeder kann selbst für sich entscheiden, ob er sich dazu zählt oder eben nicht. Zudem ist Freifunk-Franken nicht auf ein vorgegebenes Gebiet beschränkt und skaliert mit. Wie das funktioniert, erkläre ich euch allerdings im technischen Teil. Was steckt hinter Freifunk-Franken? Hinter Freifunk-Franken steckt die Community. Das ist jeder, der möchte. Es gibt keinen fixen Ansprechpartner. Es gibt natürlich Leute, die das Ganze schon länger machen und sich besser auskennen als andere und dann auch gerne helfen. Und davon gibt es nicht wenige, weswegen ich jetzt hier überhaupt keinen Namen sage, weil ich sowieso jemanden vergessen würde. Und deswegen, wer sich angesprochen fühlt, danke. Wirklich danke für euer Engagement. Wer mitmachen möchte, der probiert das Ganze einfach aus und meldet sich bei Problemen einfach an der Mailing-Liste franken-at-freifunk.net oder bei einem der Freifunk-Treffen in verschiedenen Städten. Das größte seiner Art in Franken findet am dritten Freitag im Monat immer in Haßfurt statt. Wie ist das Netz aufgebaut? Das FFF-Netz teilt sich in verschiedenen Netzbereiche auf und nutzt sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen. Im IPv4-Bereich werden nur die Netzbereiche 10.50.0.0-16 und 10.83.0.0-16 genutzt, um die Komponibilität mit dem Intercity-VPN, also der Verbindung zwischen verschiedenen Freifunk-Communities, nicht zu gefährden. Ansonsten bekommen die Clients noch IPv6-ULA-Adressen und damit zum einen die FDFF für hundweite Kommunikation und die FD43 für FFF-weite Kommunikation. Hinzu kommen dann noch globale IPv6-Adressen, die von verschiedenen Anbietern zur Verfügung gestellt werden. Wer Adressen nutzen möchte, kann sich diese im Wiki ganz einfach unter freifunk-franken.de reservieren. Jetzt habe ich von HUD interner Kommunikation gesprochen, aber dazu muss man natürlich erstmal wissen, was ist denn überhaupt so eine HUD? Eine HUD ist ein bestimmter Netzbereich im FFF-Netz. Das kann entweder ein durch geografische Daten abgrenzter Bereich sein, wie etwa das, was man hier im Monitoring sieht, oder es ist einfach jemand, der innerhalb von Freifunk-Franken aus welchen Gründen auch immer sein eigenes Netz haben möchte. Sehen wir uns die Karte an, so sehen wir, dass ganz viele unterschiedliche zentrale HUDs auf dieser Karte zu finden sind und diese unabhängig von Städtegrößen und dergleichen sind. Das liegt einfach daran, dass jeder so eine HUD haben kann, wenn er eine haben möchte. Und wie funktioniert so eine HUD genau? Zum einen haben wir die zentralen HUDs. In der zentralen HUD, da bekommt der Router dann einfach seine Informationen geballt mit Hey, ich frage jetzt an, ich habe folgende Koordinaten. Ich frage jetzt beim Key Exchange V2 an. Wer bin ich? Wo muss ich mich hinwenden? Und gib mir alles, was dafür notwendig ist. Und dann bekommt er die Informationen zurück, die er dafür benötigt. Und dann läuft der Kram. Und was läuft dann dahinter? Dahinter sind verschiedene, ja, so eine Voronai-Karte. Ich glaube, so nennt man das. Und die basiert immer auf dem Standort, der angegeben wurde für den Mittelpunkt. Das heißt, der Router sucht sich immer den nächsten Mittelpunkt, zu dem er hinkommen würde. Das heißt, wenn wir jetzt hier in Bamberg stehen, dann wird er sich mit dem Bamberger Gateway verbinden. Einfach aus dem Grund, weil das am nächsten ist. Stehen wir jetzt in, ich nehme jetzt einfach mal einen anderen, größeren Ort, den man eventuell kennt, der jetzt aber keine Hood hat. Nehmen wir einfach mal Erfurt. Wir stehen jetzt in Erfurt und stellen fest, ah, okay, Coburg ist der nächste Mittelpunkt. Also würden wir uns mit Coburg vernetzen. Und so funktioniert quasi diese geografische Zuordnung. Die kann man allerdings auch umgehen. Und das ist sogar gewollt unter bestimmten Umständen. Nämlich mit dezentralen Hoods. Jetzt ist natürlich erstmal wichtig, was wird mitgegeben, wenn wir uns diese Anfrage holen und sagen, ja, hier, ich bin ein Freifunk-Franken-Router, ich möchte jetzt die Infos haben, damit ich funktionieren kann. Da wird zum einen mitgegeben, welche Hood das überhaupt ist. Zum anderen, welche Gateways dafür zuständig sind. Das sind in der Regel zwei. Nämlich ein Gateway, was das Ganze in der Regel macht. Und ein Gateway, was das macht, wenn dieses Gateway ausfällt. Das heißt, die sind relativ ausfallsicher. Es sei denn, es läuft mal irgendwas falsch, was immer passieren kann. Aber die Praxis zeigt, dass die Dinger die meiste Zeit einfach laufen. Was wird noch mitgegeben? Es wird die SSID mitgegeben. Denn auch die kann bei Freifunk-Franken frei festgelegt werden. Meistens mit regionalem Bezug. Und das sorgt dafür, dass zum Beispiel in Bamberg freifunk-ba.de ausgestrahlt wird. Und in Erlangen ist es freifunk-erlangen.de und dergleichen. Kann man frei festlegen. Und wer eine Hood aufmacht, der kann dann auch sagen, ja, hier, ich möchte das so nennen, wie ich es gerne hätte. Was wird sonst noch mitgegeben? Der genutzte WLAN-Kanal. Man kann nämlich festlegen, ja, hier, meine Freifunk-Router sollen alle auf Kanal 1 senden, meine sollen alle auf Kanal 13 senden und irgendwas dazwischen. Und was hat das Ganze zur Folge? Wenn sich mal was ändert, dann kriegen diese Router das auch automatisch mit. Das heißt, wenn jetzt Bamberg sich entschließen würde, wir machen kein Freifunk-Franken mehr, dann würde ein Teil davon nach Hasberge gehen, ein Teil davon nach Lichtenfels, ein Teil davon nach Bayreuth, ein Teil davon nach Forchheim und dergleichen. Und am Ende hat jeder Router trotzdem noch ein Gateway, an das er sich wenden kann und dann eben auch funktioniert. Diese Hoods ändern sich mit der Zeit. Das ist auch gewollt so. Und wenn jemand eine neue Hood hat und sagt, ja, hier, ich möchte jetzt aber in einem Dorf nebenan eine eigene Hood haben, dann kann er die bekommen. Und dann sind alle Router, die in diesem Dorf schon aufgestellt sind, die zum Beispiel aktuell in der Bamberg-Hood sind, dann plötzlich Router, die eben dieser Hood von diesem Ort zugeordnet sind. Die werden dann SSID ändern, die werden dann den WLAN-Kanal ändern und die werden sich dann auch mit den passenden Gateways verbinden. Das ist ein ziemlich cooles, interessantes Konstrukt und skaliert überall. Das heißt, wenn so eine Hood jetzt nicht in Franken liegt, sondern in, nehmen wir einfach mal Norwegen, dann kann man in Norwegen eine Hood aufmachen und alle Router in Norwegen würden sich dann mit dieser Freifunk-Norwegen-Hood innerhalb von Freifunk-Franken vernetzen. Das heißt, skaliert unendlich und funktioniert. So, jetzt haben wir uns natürlich gerade angeschaut, wie so eine zentrale Hood funktioniert und dass die sich an eine zentrale Stelle wenden möchte. Aber das Ganze geht auch dezentral. Und dann kommt eine dezentrale Hood zum Einsatz. Was ist eine dezentrale Hood? Das ist einfach eine Hood, die lokal auf dem Router festgelegt ist. Und zwar nicht einfach, indem man sagt, ja hier, ich möchte diesen Key Exchange V2 nicht anfragen, sondern hier hast du meinen Hood-File, du bist jetzt für immer ein Freifunk-Bamberg-Router. Das geht auch. Aber das ist nicht das, was ich damit meine. Nämlich eine dezentrale Hood ist quasi eine Hood, die dort steht, wo sie verwendet wird. Das heißt, bei einer zentralen Hood hat man den ganzen Kram so, dass eben alle Router einem Gateway folgen, was irgendwo im Rechenzentrum steht. Und bei einer dezentralen Hood gibt es meistens nur ein Gateway. Und wenn das ausfällt, ist die Hood weg. Aber das ist nicht so schlimm, weil es dann auch nicht funktionieren würde. Nämlich alles, was dieses Gateway macht, wozu wir später kommen, läuft auf dem dezentralen Gateway. Und dieses dezentrale Gateway macht eine dezentrale Hood. Das heißt, das ist quasi die Kombination aus Gateway und Node. Und das in einem Gerät. Kommen wir zum Punkt, was ist ein Gateway? Ein Gateway innerhalb des Freifunk-Franken-Netz verbindet sich immer mit dem Rooting-Protokoll. Und zwar nutzen wir dafür Bubble. Und das verbindet sich mit anderen Gateways und mit Exit-Gateways. Bei den anderen Gateways ist es so, dass da wahrscheinlich ein paar Hoods drauflaufen oder eben andere Dienste. Und bei den Exit-Gateways, da geht es dann auch Richtung Internet. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass eine Kommunikation nur innerhalb des Freifunk-Franken-Netz stattfindet, was durchaus so gewollt ist und quasi so eine Art Intranet darstellt. Worauf basiert das Ganze? Das Ganze basiert auf dem Pico-Peering-Agreement. Das Ganze könnt ihr euch online durchlesen, aber vereinfacht steht das einfach für freien Transit, offene Kommunikation, schließt jedoch auch jegliche Garantie aus. Die Gateways stehen ja nicht nur in verschiedenen Rechenzentren, sondern können auch von den Routern selbst betrieben werden. Das Ganze hatten wir schon, als wir uns die dezentrale Hood so ein bisschen angeschaut haben. Für eine dezentrale Hood braucht man, wie der Name schon sagt, ein dezentrales Gateway. Auf jedem dieser Gateways läuft ein DNS-Server, ein NTP-Server für die Zeit und ein DHCP-Server. Zusätzlich läuft auf den Dingern auch noch ein HTTP-Server. Warum? Den braucht man für die Auslieferung des Hood-Files. Denn der KeyExchange V2, der liefert diese Hood-Files gar nicht aus, sondern der verweist quasi auf die Gateways, wo es die zu finden gibt. Und deswegen braucht man den HTTP-Server, der die ausliefert. Und zudem braucht man natürlich auch irgendwas, was das Ganze aufzeigt, sodass wir wissen, dass der ganze Kram funktioniert. Und das macht Alfred. Alfred sendet die ganzen Daten ans Monitoring und übermittelt alles, was Gateway-Info nicht macht. Gateway-Info macht nämlich das Ganze noch so ein bisschen für Gateway-Daten. Das Ganze läuft auf den zentralen Gateways, die im Rechenzentrum stehen. Oder auch zu Hause, kann jeder für sich entscheiden. Oder die dezentralen Gateways, die meistens vor Ort laufen. Im Grunde ist es jetzt auch noch wichtig, was die sonst noch machen. Nämlich, die brauchen ja Verbindungen irgendwo anders hin. Wie funktionieren diese Verbindungen? Diese Verbindungen funktionieren über VPN-Protokolle. Weil die meisten stehen nicht im selben Rechenzentrum, sodass wir die mit Kabel verbinden können, sondern die stehen irgendwo ganz woanders. Und das Ganze kann entweder eben über eine Richtfunkverbindung funktionieren oder über ein VPN. Beim VPN nutzen die zentralen Gateways meistens GRE. GRE ist relativ einfach. Man sagt einfach, ja hier, hier habe ich mein Gateway. Das Gateway ist so und so konfiguriert und ich möchte mich mit dem und dem Gateway verbinden. Auf der anderen Seite sagen wir dasselbe. Ich bin das und das Gateway und möchte mich mit dem und dem Gateway verbinden. Und solange die IP-Adresse nicht ändern, bleibt alles schön und es funktioniert und die haben eine Verbindung. Was passiert allerdings, wenn wir ein Gateway haben, was seine IP ständig ändert? Was ja zum Beispiel bei den dezentralen Gateways sehr häufig vorkommt, die hinter einem DSL-Anschluss betrieben werden, der alle 24 Stunden oder in einem anderen Bereich je nach Anbieter eben seine IP-Adresse ändert. Ja, was passiert dann? Dann braucht man ein anderes Protokoll, weil GRE dann nach der bestimmten Zeit halt einfach nicht mehr funktionieren würde. Wir nutzen dazu WireGuard. WireGuard hat nämlich den Vorteil, wir brauchen nur auf einer Seite eine fixe IP und auf der anderen Seite ist es uns völlig egal, wie es funktioniert. Auf den zentralen Gateways läuft zudem noch Batman Advanced. Das hört man ziemlich oft in der Anfangszeit von Freifunk auch und es wird immer noch gut verwendet und das ist quasi das Layer-2-Routing-Protokoll. Wir sind nah direkt an den Routern und das ist quasi auch das, was dafür sorgt, dass die Clients sich untereinander vernetzen können, wenn sie eben in derselben Hood sind. Und das kann man sich so vorstellen wie so eine Art Switch, der über verschiedene Router läuft. Heißt, wenn jetzt jemand hier in Bamberg einen Access-Point aufbaut und da einfach die Node-Firmware drauflaufen lässt, dann hat der ein Node, der sich verbindet und hat da einen Client dran. Das bin ja zum Beispiel ich, weil hier im Backspace gibt es zum Beispiel Freifunk, ich logge mich ein, mein Handy ist da drin. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin immer noch in Bamberg, ich bin jetzt allerdings in irgendeiner Gastwirtschaft, die das anbietet und locke da mein Handy ein, dann kann ich von hier aus dem sein Gerät sehen, weil es im selben Netz ist. Und das Ganze macht dieses Batman Advanced so ganz vereinfacht gesagt. Also man kann quasi alle Clients in derselben Hood sehen und eine Hood ist quasi ein Netzwerk wie das, was ihr zu Hause habt. Genau, wie funktioniert denn dann die Verbindung mit den Clients? Wenn wir ein VPN haben, was zu den Nodes gehen möchte, dann nutzen wir dafür FastD. Und FastD braucht Informationen, um sich mit dem Gateway zu verbinden. Die bekommt es wiederum über das Hood-File und das Hood-File bekommt es, indem es vom KeyExchange4.2 die Info bekommt, wo es dieses Hood-File gibt, nämlich auf dem Gateway, was dafür zuständig ist. Soweit, so gut. Es laufen aber jetzt noch deutlich mehr Dienste auf dem Gateway. Die kann ich jetzt natürlich nicht alle vorstellen, weil das würde den Rahmen komplett sprengen. Kurzum und fast immer zutreffend, ein zentrales Gateway läuft im Rechenzentrum und bedient mehrere Knoten. Ein dezentrales Gateway läuft vor Ort und bedient meist nur diesen einen Standort. Am einfachsten ist definitiv die Verbindung mit dem Freifunknetz, wenn man sich einfach mit einem Access-Point verbindet, der das Freifunk-Frankennetz ausstrahlt. Also, welche Wege gibt es sonst noch ins Freifunk-Frankennetz? Also, zum einen können wir uns natürlich im Monitoring anschauen, bei der Karte, ja, wo muss ich denn überhaupt hin, um so einen Freifunk-Access-Point zu finden und mich damit zu verbinden. Das geht in der Regel ganz einfach, denn wenn wir uns diese Karte anschauen, dann haben wir da ziemlich viele grüne Punkte, die alle einen Router darstellen, der aktuell funktioniert und Freifunk ausstrahlt. Einen davon finden wir immer. Ansonsten kann man das Ganze auch über das WireGuard-VPN ausnutzen. Und das findet ihr auf der Website verlinkt. Da gibt es nämlich dann die Möglichkeit zu sagen, ja, hier, ich habe einen WireGuard-Endpoint und möchte mich mit dem Freifunk-Frankennetz verbinden. Dann klickt man sich hier so eine Config und die spielt man in den WireGuard-VPN ein und dann ist man schon im Netz. Wenn man natürlich dieses Netz nicht nur für sich nutzen möchte, sondern auch anderen zur Verfügung stellen möchte, dann kann man sich auch einfach einen kompatiblen Router schnappen und darauf entweder die Node- oder die Layer-3-Firmware installieren. Bei der Node-Firmware ist die Konfiguration kinderleicht. Bei der Layer-3-Firmware empfiehlt es sich wahrscheinlich eher, mal ein Freifunk-Frankentreffen auch zu besuchen, da man da aufgrund der Tatsache, wie das aufgebaut ist, werden wir dann gleich auch nochmal sehen, mindestens zwei Leute kennen muss, die ein zentrales Gate-Weg haben und dann eben auch den Tunnel zur Verfügung stellen. Wo wir es gerade von Firmwares hatten. Was ist denn überhaupt eine Firmware? Eine Firmware ist eine Software, die auf Embedded-Systemen läuft. Im Freifunk-Kontext sprechen wir da über Software, die einfach auf dem Router läuft und das machen muss, was die Verbindung zum Freifunk-Frankennetz ermöglicht und dann eben das ganze Zeug auch ausstrahlt und dergleichen. Also quasi ein Gerät, was man im Laden kauft, hinterher zum Freifunk-Router zu machen. Dafür braucht man natürlich Hardware. Welche Hardware davon ist denn überhaupt kompatibel? Auf der Website von Freifunk-Franken findet ihr unter der Rubrik Technik und dann anschließendem Klick auf kompatible Router eine ganze Liste von kompatiblen Geräten. Und was da gleich auffällt ist, im Gegensatz zu vielen anderen Freifunk-Communities ist die Liste hier deutlich kleiner. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Freifunk-Franken-Firmware im Gegensatz zu den meisten anderen Communities nicht auf der bekannten Gluon-Framework basiert. Wer sich mit Freifunk-Franken beschäftigt, wird früher oder später darüber schläupern, dass es zwei Varianten gibt, die man installieren kann. Einmal wird sie als Node-Variante bezeichnen und einmal als Layer 3. Aber was ist denn überhaupt der Unterschied und welche davon brauche ich? Die Node-Firmware ist die einfachere Wahl und für jeden direkt ohne Verbindung mit der Community verfügbar. Das bedeutet, sobald man diese aufgespielt hat und einen Knotennamen eingibt, einen Standort und eine E-Mail einträgt, dann ein Passwort setzt, den Router neu startet, dann ist man schon im Netz, der Router funktioniert und alles ist gut. Man sollte natürlich weiterhin, wichtig deshalb an der Stelle, bitte macht regelmäßig eure Updates. Die Dinger haben keinen Auto-Updater, es macht niemand für euch, ihr seid für euer Gerät selber zuständig. Also sorgt dafür, dass es sicher bleibt. Bei der Node-Firmware brauchen wir ja diesen Gear Exchange V2. Das heißt, wir brauchen eine zentrale Stelle, der wir sagen müssen, ja hier bin ich, zeigt mir, was ich tun muss. Und wenn diese zentrale Stelle ausfällt oder manipuliert wird, dann geht nichts. Und das will man nicht, weil man möchte ja natürlich, dass der Kram dezentral funktioniert. Das heißt, keine zentrale Stelle das ganze Netz abschalten kann. Deshalb gibt es diese Layer 3-Firmware, die quasi alles, was für das Gateway notwendig ist, damit das Gateway diesen Node betreiben kann, in der Firmware integriert hat. Heißt, wir haben plötzlich einen Client und in diesem Client haben wir dann sowohl alles, was die Node-Firmware macht drin, als auch die Dinge vom Gateway, die notwendig sind, um dieses Ding zu betreiben. Man kann da alles selber festlegen und kann die ganzen Dinge auch so konfigurieren, wie man es gerne hätte. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher von nehme ich? Und das ist tatsächlich so eine Art, ja, Entscheidung, die einem niemand abnehmen kann. Also man kann natürlich sagen, ja hier, für mich ist wichtig, dass der Kram meistens funktioniert. Ich habe hier diesen Router, ich möchte das Ding aufstellen, es soll laufen, dann nehme ich in der Regel die Node-Firmware. Sobald ich sage, ja hier, ich möchte mein eigenes Netz haben, es soll alles so funktionieren und es soll sich nie was ändern, weil ich möchte jetzt zum Beispiel nicht, dass sich die SSID ändert, nur weil Bamberg jetzt plötzlich sagt, wir brauchen keinen Freifunk mehr. Und dann brauche ich die Layer 3-Firmware, weil da kann ich alles direkt so festlegen, wie ich es gerne hätte und es wird weiter laufen. Dafür ist natürlich ein bisschen mehr notwendig, weil wir da dann auch die Leute kennen müssen, mit denen wir uns verbinden. Weil bei der Node-Firmware ist es einfach, ja hier, ich bin Router, gib mir das, was ich brauche und dann funktioniere ich und das kann der Router selber machen. Bei der Layer 3-Firmware ist es dann wirklich wichtig, dass man dann auch sagt, ja hier, ich möchte offiziell kommunizieren, ich möchte Teil von Freifunk Franken sein, ich brauche jetzt hier Connections und wie das Ganze jetzt läuft, über Corona war es zum Beispiel auch möglich, das ganze persönliche Treffen und das persönliche Kennen durch ein Videomeeting zu ersetzen. Das handhabt jeder so ein bisschen anders, aber im Grunde ist es natürlich möglich, so ein dezentrales Gateway überall aufzusetzen und es gibt sicherlich Wege, die das Ganze ermöglichen. Das heißt, im Grunde möchte man eigentlich dezentral sein, deshalb gibt es das ganze Layer 3-Zeugs und da kann man dann alles selber machen und es funktioniert und das ist schön und das ist toll und dann gibt es Leute, die sagen, ja hier, ich will Freifunk eigentlich nur so, dass es halt funktioniert, sodass ich es nutzen kann, diese Layer-Node-Firmware so ein bisschen besser beraten. Warum brauchen wir das Freifunk-Netz? Was kann ich damit machen? Und die Antwort darauf ist grundsätzlich für alles. Also man kann das Freifunk-Franken-Netz wirklich für alles nutzen. Es gibt keine Netzsperren, es gibt keine Zensur, es gibt auch keine Firewalls, denn für die ist auch der Nutzer selber verantwortlich und es eignet sich daher optimal für Testzwecke, um die Funktionalität seiner Dienste von außerhalb zu testen oder um einen zweiten Internetanschluss eben dafür zu sparen. Zudem kann man das Freifunk-Franken-Netz auch als eine Art riesiges Intranet sehen. Es ist möglich, gehostete Dienste für den Zugriff innerhalb bestimmter Hoods freizugeben. Das Ganze funktioniert, wie eben schon gesagt, in diesen FDFF-Adressen oder das ganze Freifunk-Franken-Walt zur Verfügung zu stellen. Das funktioniert dann über die FD43-Adressen und man kann Dinge auch einfach so von zu Hause hosten. Man steckt einfach ein Gerät, ein Server hinter den Freifunk-Router und dann hat er eine öffentliche IPv6, unter der er dann auch öffentlich erreichbar ist und dann kann man so halt einiges hosten und dann auch von außerhalb darauf zugreifen. Auch ein Einsatzzweck ist die Verwendung als Alternative zu kommerziellen Hotspot-Anbietern. Man verzichtet dabei natürlich auf eine Verfügbarkeitsgarantie, kann aber ohne großes Risiko und mit geringen Kosten Kunden und Besuchern kostenfrei ermöglichen, sowohl das FFF-Netz als auch das Internet zu nutzen. Beachtet hierbei aber, und das sage ich jetzt wahrscheinlich schon mehrfach, Freifunk-Franken-Router benötigen Wartung. Das Ganze ist kein Selbstläufer. Es ist nicht damit getan, einmal den Router aufzustellen und dann zu sagen, ja, hier, das funktioniert doch. Mit der Node-Variante ist der Wartungsauftrag oder Wartungsaufwand zwar sehr gering, jedoch müssen auch die Router regelmäßig aktualisiert werden. Mit zukünftigen Änderungen im Netz ist es nämlich sonst möglich, dass die Router irgendwann unbrauchbar sind. Dazu empfiehlt sich die Mailing-Liste, die kann man kostenfrei abonnieren und man sollte halt zumindest mal alle paar Monate auf die Website gehen und mal nachschauen, gibt es denn eine Aktualisierung und die Aktualisierung wird auch mit ausreichend Vorlaufzeit angekündigt. Also es ist jetzt nicht so, dass gesagt wird, ja, hier, ab morgen funktioniert kein Router mehr. Ne, das geht auch nicht, aber kümmert euch bitte darum, dass die Router, die ihr aufstellt, auch laufen und regelmäßig Updates bekommen. Wie wir vorhin schon kurz angerissen haben, erstreckt sich das FFF-Netz natürlich nicht nur über Rechenzentren und die Knoten in der Fläche, sondern verbindet auch per Richtfunk völlig unabhängig von kommerziellen Anbietern verschiedene Standorte, an denen die kabelgebundene Anschlüsse, die es dort gibt, teilweise auch meilenweit hinterherhinken. Es gibt also durchaus Orte, an denen das FFF-Netz schneller ist als jeder andere Anbieter vor Ort. Das sind einige kleinere Dörfer, das sind aber teilweise auch Stellen innerhalb von Städten. Zudem lassen sich solche Gebiete dann auch versorgen, bei denen es überhaupt keinen anderen Anbieter gibt. Das heißt, man sagt ja hier, ich bin mitten im Nichts, ich möchte da Internet haben, also müssen wir da irgendwie Internet hinschießen und bauen eine Richtfunkstrecke auf und dann haben wir dort Internet. Alles möglich. Und viele davon, von diesen Freifunk-Richtfunkstrecken, finden man zum Beispiel im Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen, aber auch in Forchheim und einen großen Teil auch in den Hasbergen. So, jetzt als letzten großen Punkt schauen wir uns noch das Monitoring an. Wir haben zwar vorhin schon gesehen, dass wir da drauf so ein paar Hoods finden, wir finden darauf Router und wir finden darauf noch ziemlich viele weitere Dinge, denn alle Nodes und Gateways im Freifunk-Franken-Netz senden Daten an das Monitoring. Alle dieser Daten können dann auch auf monitoring.freifunk-franken.de öffentlich eingesehen werden. Das betrifft den Standort, die Knotenbezeichnung, Daten zur Nutzung, jedoch bis auf die E-Mail-Adresse des Routeraufstellers keine personenbezogenen Daten. Über das Monitoring lässt sich anzeigen, wo Router stehen, wann und wie häufig sie genutzt werden und von wie vielen Geräten und ob sie mit Routern in der Nähe meschen, also eine Verbindung aufbauen. Wie das Ganze funktioniert, wo das Ganze eingesetzt wird, findet ihr hier im Monitoring. Kann ich euch mal ins Herz legen, schaut es euch mal an. Durchaus interessant, wo das Ganze schon läuft, gerade auch in eurer Nähe sicherlich. Wir haben sicherlich auch einige Zuschauer direkt aus Franken, die werden so ein Ding sicherlich irgendwo vor der Haustür finden. So, jetzt sind wir am Ende angelangt. Wir brauchen noch das Fazit und mein Fazit ist, das FFF-Netz von Freifunk-Franken ist einfach zu nutzen und skalierbar. Jeder kann sich mit dem bisherigen Netz verbinden und für seine Region eine eigene Hut erstellen, die entweder lokal über ein Layer-3-Gerät oder zentral gesteuert über den KeyExchange V2 ausgeliefert wird. Es muss wenig, kann aber viel Zeit in die Wartung, Verbesserung und mehr in das Netz investiert werden. Und es ist eine tolle Möglichkeit, am Praxisbeispiel Netzwerktechnik in einem so großen Umfang zu lernen, wie es sonst nur im großen Firmen-Intranetz möglich ist. Jeder kann etwas für sich finden, manche bauen geniale Richtfunkstrecken auf, manch einer findet mehr Spaß daran am Programmieren der Firmware und wieder andere sorgen sich dafür, dass Freifunk bekannter wird, indem es einfach mehr Router in der Fläche gibt. Und die Wahrscheinlichkeit, bei Freifunk nichts zu finden, was einem Spaß macht, ist meines Erachtens wirklich gering. Also, das war es mit meinem Vortrag. Jetzt möchte ich mich noch bedanken bei den Kollegen von franconian.net, die dafür sorgen, dass ich hier heute stehen kann und den Livestream mache. Gleich gibt es noch ein Q&A dazu. Wenn ihr mehr wissen wollt und es immer noch nicht aushalten könnt und auch Fragen habt, die ich in dem Umfang nicht beantworten kann, ihr könnt auf freifunk-franken.de gehen. Da findet ihr im Wiki alle nötigen Infos. Und wenn ihr doch mal wieder erwarten, was nicht finden werdet, dann könnt ihr euch an die Mailingliste wenden. Falls ihr noch Lust habt, euch mit mir zu vernetzen, habt ihr hier noch ein paar Social-Media-Seiten aufgelistet. Und dann möchte ich mich zum Abschied noch bei allen bedanken, die das Ganze hier möglich gemacht haben und wünsche euch noch viel Spaß bei dem Zusehen der nächsten Beiträge. Und jetzt gleich noch beim Q&A. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ihr mir zugesehen habt. Und bis zum nächsten Mal.